So, wir befinden uns am Po und wollen es mal hier auf Wels probieren und jeder hat mir bis jetzt berichtet, dass die Wels am Po so empfindlich sind, d.h. sie würden sehr stark auf geflochtene Schnüre reagieren, d.h. geflochtenes Vorfach und man sollte mit monophilem Vorfach fischen. Ich hingegen mag monophiles Vorfach überhaupt nicht, ich halte davon gar nichts, aber wir werden es jetzt erst mal mit monophilen probieren, um zu sehen, ob wir Bisse bekommen. Kann auch zwei Meter haben. Wollt ihr Hilfe, sollst du auch? Nein, nein, ist okay. Es hat wirklich wieder Masse, es hat keinen Wert hier. Zwei Meter hat er. Scheiss vorfach. Geflucht nie drauf, mui. Oh nein, das darfst du nicht wursen. Also heute geht ja gar nichts. Klar, die Däuner haben wir verloren, moine. Der ist aber jetzt nirgendwo gegen gekommen, ne? Ja. So, im Drill hat man ja gesehen, das monophile Vorfach ist gerissen. Danach haben wir wieder umgebaut und haben eine zwei Millimeter geflochten, ne, als Vorfach genommen. Und siehe da, in der nächsten Nacht habe ich wieder einen Wels drauf bekommen, den ich auch gefangen habe. Und dieser hatte noch die Haken vom monophile Vorfach im Maul, er war 1,90 Meter groß. Und da sieht man, also von wegen Vorfachscheu und sehr vorsichtig die Welser, das kann man vergessen. Also wenn er am Tag zuvor im Drill verloren ging und beißt den nächsten Tag wieder und ich habe dicke Gefluchtener als Vorfach dran und diesmal hängt er, dann ist das alles nur Ansichtssache und deshalb halte ich von monophiler Schnur gar nichts und wir werden weiter mit Gefluchtener Schnur fischen. Also, das war es ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020